Ich mach morgen komplett neue Immutes. Immutes. Emotes, Mann. Ich mit nem Segling. Aber was zum Teufel ist denn ein Segling? Ist der Ende morgen sowieso eine Immutes? Immutes, ey. Ich geh mit Catwoman und Ironman in einer Lobby. Guck, er sieht aus wie Harald. Und Lix. Harald Kroll. Oh, Bobby. Ich hab Bubis gelesen. Unfassbar, Alter. Oh, Badani! Raus mit den Viechern! Ja. Ich bin gekommen, lachende Bananen auf Menschen zu werfen. Hört sich sass an. Ist aber so, ne? Wo ich mit Betsy letztes Mal Kart gefahren bin. Ich hab immer Bomben nach hinten geschmissen. So, jetzt heißt du Bomber, Dan. Auch nicht schlecht. Irgendwann meinte er auch, ich sollte mal ein Kinderbuch einlesen. Und so. Hä? Ich wüs's kaufen. Ja, klar, ja. Aber... Was denn, Alter? Boah! Ich bin jetzt bloß an der Dänke. Ich bin jetzt bloß an der Dänke. Ich bin jetzt bloß an der Dänke. Was willst du hier? Er hat einen Schick genommen. Ach, Nudeln wird ein. Jetzt? Ach, wirklich Nudeln. Ah! Dann müssen wir nach Paris. One Night in Paris. Was? Du hast nach hinten geschossen? Ja. Du Wichser. Zweimal eben. Eben. Wichser. Was macht das für das Innenamt? Ich hatte ja Schutz, Mann! Out of Mad, ne? Ich flieg Out of Mad, wo ich's gesagt hab. Vielleicht krieg ich mal ne Rakete oder so? Nein! Ich hab vergessen, dass Rocket League gute Musik hat. Ich wollt's grad sagen. Hexe. Aber sonst... Du, 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 du. WMS. Was, Asu? Nein! Ich hab gesagt du! Wenn ich sage du, dann meine ich du, nicht du. Du, 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 du. Du bist schwerer. Das heißt, dass ich fett bin? Ja. Rein da, rein da, rein da. Oh! Oh! Tack! Geil! 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 Der geht rein! Der geht rein! Wenn nicht komme ich noch! Oh! Der geht rein! Der geht rein! Ja! Oh! Er hat den Boom gemacht! Wo man diese Post... Ah! Post! Papier hier umschmeißen muss! Hui! Das muss sein! Der ist wie so ein besoffener Lender! Was ist mit ihm denn los? So, den zeigen wir jetzt die Postkarte! Geh die Post ab! Das kann's haben! Oder das Katz haben! Bitte, der bringt mich hier hin! Aber man fährt ja gleich! Hey! Spiel selbst auch nochmal! Okay! Dann mach doch auf da! Das ist nicht dein Ernst! Was? Und erschrecken! 3, 2, 1! Go! Hat das Ding eigentlich einen Namen hier? Der Gerät? Ja, der Gerät heißt es einfach! Raus mit den Viecher! Ihr geht, ne? Auf Sneaky! Dann sind wir wieder in der Totenstadt! Death City! Und übrigens ein neues Walking Dead Spin-off! Dead City! Nein! Oh nein! Ja! Das ist unfassbar! Warte! Ich muss doch was machen! Raus! Hab ich gesagt! Tschüss! Ist noch einer im Gebäudes! Jetzt schieß ich schon auf Blumen! Oh! Es bleibt! Ja! Dein Arsch gehört mir! Was? Mal's! Haben's gleich! Haben's gleich! Ja! Komm! Hey! Hey! Okay! Die Taktik ist ja gar nicht so verkehrt! Das ist jetzt los! Also! Oh! Guck mal! Ich merre! Der Arsch ist noch! Das ist jetzt nicht passiert! Oh! Alter! Ich bin zu dumm! Ich bin zu dumm! Alles in die... alles freshe French-Form! Hab ich genau gesehen! Drei Rote zurück! Erster! Daddy! Ja! Ja! Nein! Ich bin... Ich bin eher eine Hexe! Es kommt nächste Rote! Ich bin eher eine Hexe! Jetzt sagst du's schon selber! Kommen Ziel! Zwei Tintenfische! Wow! Danke Merkel! Danke Merkel! Björn einfach Erster! Alter! Er ist eine Hexe! Er ist die Hexe! Er ist die Hexe! Ah! Ah! Nein! Ich hab viel Start! Ich auch! Ah! Oh! Ah! Oh! Hab ich gesnide, oder? Oh! Was ist das? Nein! Nein! Tschüss! Pies gefühlt! Ja! Ich krieg sogar eine mit Ansage! Ich fahre im Handmodus! Ich fahre in dem Modus besser! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Guck mal die Mian! Ist das Yoshi? Scheiße! Das ist ja das Ziel! Nein! Das ist ja das! Ja, was? Ich hab mich schon mal gekriegt! Ich hab mich schon mal gekriegt! Du bist so blöd! Lakito hat mich einfach vor dem Ziel losgelassen! Du bist einfach reingefallen! Digga! Er spawnt auch für Brücke! Auch nicht schlecht! Die alle faul rumlaufen! Wenn nicht rumlaufen, rum sitzen! Verdammt! Digga! fängt an zu dance hat er ein glück gehabt jetzt klappt es auf einmal das hört sich gut an jetzt denn es da richtig ab ein heißer bietet auch herzteile krieg nass und beide da beklopfen die sehen aus wie bei star trek die gewohrte seine augen seine augen das ist halt man muss bei solchen spielen die umgebung im auge behalten es gibt es die ganze zeit als wenn man sich im auto nicht angeschnallt hat was hab ich denn gemacht lass mich dich in die arme schließen oder schnell weg warum ist hier eine kuh in der höhle hallo julie da scheiße das passt gerade das kann es doch echt nicht sein der noch kein china aber kurz das fährt sich das ist wucher es ist einfach nur ein stück holz ich spiele selda kalt star wars ein halbes herz habe ich verloren ein herz habe ich verloren anderthalb herzen so jetzt reicht es auch kummer und ich habe nur 80 rubine unten links das passt und wie sie mit der kamera einmal so über den körper gehen sexy ist anders ins feuer inferno dance feuer inferno wäre natürlich wieder geiler so vom namen her hier kommt auch manchmal ist guter flanken was habe ich gesagt kaufend rauchen scheiß auto korrektur auch letzt mal die zu rast als wenn die suche aus jamaica wurde ach jetzt habe ich verkehrt kann vorher machen wollte die karina nehmen jetzt feuer ich den zura könig jawohl macht den selben sprung noch mal okay den selben sprung noch mal komm er denn her hat er hier eine magische flasche flasche waren weil das ist blöd weil da der fluss also ich kann nicht reden der fluss und die blöse nicht weit genug tauchen nicht weit genug tief genug man rolle fischkopf was mit der denn für ein sound eine blubber blase greift dich an diese dinger zerplatzen wie seifenblasen okay habe ich angst die macht ja sogar schaden die dinger sind schwieriger zu treffen mit dem boomerang kann das sein nö alarm meine fresse ich kann nicht mehr nissan silvia so nissan gelina oder was kann ich mir so einen alten mustang kaufen so 69er warum denn 69 wir fahren mal eine runde da weg damit kürzer verabscheiß drauf da hat der cheater alter kummer wird auf der fährt ja aber ich glaube ich auch natürlich ich auch ja bock auf party immer immer was ist das denn für eine frage oder meist jetzt mario party was ist denn los mit dir ja das war ich mich auch weil die sowieso wenn der truppe sich ein legendäres auto zu kaufen fahrzeug straßenwagen jetzt habe ich den den hätte ich sowieso freigeschaltet bekommen umsonst auf nass was man aber abonnement läuft bei da ja was ist das für musik ich bin wieder den kleingeldhaufen was ist denn das und und das kann es nicht sein tonner denn im casino ich krieg immer nur die zumindest wieder ordentliche mucke wenn das während der fahrt kommt dann baller doch geiler epische musik der teufel spät mit dem weg jazis alter mann oh fuck guck mal da ist auch daniel nein ja komm passt zu mir oh ist der dämlich du abstauber okay wer hinten ist macht creeper äh keeper nein da ist mein tor die vier trophäen in ein spiel und damit die platin trophäe roger liegt auf platin